Ich bin ein Berliner. Juni 63 West-Berlin. US-Präsident John F. Kennedy auf Staatsbesuch. Die Berliner Mauer teilt die Stadt. Die DDR hat alle Ausgänge um West-Berlin abgeriegelt. Angst geht um. Werden die USA Berlin aufgeben? Vor dem Schöneberger Rathaus hält Kennedy seine unvergessliche Rede. Ich bin ein Berliner. Damit steht Kennedy bis heute für die Freiheit West-Berlins. Nie zuvor genoss ein US-Präsident in der Bundesrepublik höheres Ansehen.